Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Markus Färber, sehr geehrter Herr Haneke, sehr geehrte Damen und Herren, grüß Gott zusammen! Es gibt Begegnungen mit Menschen, die wir nie vergessen und die alles beeinflussen, was danach kommt. Im besten Fall weisen sie uns den richtigen Weg, im schlimmsten Fall führen sie uns an den Abgrund. Viele Frauen und Mädchen erleben das Schlimmste. Sie sind Opfer von extremer Gewalt und Sklaverei. Menschenhändler nutzen ihre Not skrupellos aus. Sie zerstören ihr Leben, ihre Existenz und Zukunft. Diese Frauen verlieren alles, ihre Wünsche und Träume, Vertrauen und Hoffnung, Familie und Gesundheit. Jede Betroffene hat ihre ganz eigene Geschichte. Jede einzelne davon ist auf eigene Art entsetzlich. Wir müssen die Frauen noch besser schützen und die Täter konsequent suchen und bestrafen. Dafür braucht es Zusammenarbeit, national wie international, in der Strafverfolgung, in der Präventionsarbeit und bei den Hilfen für betroffene Frauen. Die Kriminellen suchen sich ihre Opfer gezielt in vulnerablen Gruppen. Oft kommt vieles zusammen. Armut und Arbeitslosigkeit, Migration und Flucht, traumatische Erfahrungen, geringe Bildung, Einsamkeit und Suchterkrankungen. All das kann Menschen empfänglich machen für falsche Versprechungen. Wenn wir sie aber präventiv aufklären und sensibilisieren, sind sie selbstbewusster und stärker. Auch bessere Lebensbedingungen und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern helfen, die Abhängigkeiten zu verringern. Die Opfer brauchen Beratung und Betreuung, damit sie sich psychisch stabilisieren und neue Perspektiven entwickeln. Fachberatungsstellen wie Jadwiga und Solvodi schenken den Menschen nicht nur einen sicheren Zufluchtsort, sondern auch neuen Lebensmut. Wir haben ihre Fördermittel deshalb im letzten Doppelhaushalt um eine halbe Million Euro erhöht. Wir wollen gezielt hinschauen und dabei auch die Menschen im Blick haben, deren Gesichter unsere Gesellschaft viel zu selten sieht. Vor mehr als zwei Jahrzehnten haben sich dazu rund 20 Organisationen und Verbände zusammengeschlossen. Das Aktionsbündnis gegen Frauenhandel hat den Menschenhandel sichtbar gemacht und vielen Opfern eine Stimme gegeben. Meine Damen und Herren, Sie leisten wertvolle Arbeit für die Freiheit aller Menschen. Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Vergelt's Gott! Manche Begegnungen beeinflussen alles, was danach kommt. Lassen Sie uns jene Menschen sein, die für andere zu einem Lichtblick werden, die Ihnen dabei helfen, ein unabhängiges Leben zu führen, frei und selbstbestimmt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Fachtagung, eine anregende Diskussion und weiterhin viel Kraft für Ihre Arbeit. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!